Willkommen auf meinem GIMP Kanal zu einer neuen Episode. Mein Name ist Michael. Viele von euch wissen ja, dass ich früher den Kanal My GIMP Channel hatte, den ich leider verloren habe. Und nun beginne ich eben wieder von vorn. Und gestern hatte ich ein 3D Text Tutorial gemacht. Und das möchte ich heute nochmal aufnehmen, das Thema. Und möchte einen transformierten 3D Text erstellen. Hierzu habe ich mir zwei Vorlagen gerichtet. Weiß, beide weiß. Und nun beginnen wir erst einmal damit, dass wir den Text auf diese Vorlage verbringen. Ich habe mir diese Schrift hier im Internet heruntergeladen. Cemetery Heavy. Das findet ihr im Netz und könnt es euch in euren Fontordner in GIMP hineinkopieren. Wir werden jetzt erst einmal hier die Feststelltaste bestätigen. Und dieses Wort hier. CrewCut hineinschreiben. CrewCut bedeutet auf Deutsch krumm. Habe ich gedacht, bietet sich gut an. Okay, nun nehmen wir das Ausrichtenwerkzeug, klicken in die Auswahl und bringen erst einmal mit dem Ausrichtenwerkzeug unsere Auswahl zur Mitte der Vorlage. Nun gehen wir hin, rechte Maustaste auf die obere Ebene, Ebene auf Bildgröße. Im nächsten Schritt kopieren wir diese Ebene noch einmal, schalten die obere Ebene aus und markieren uns die untere, die zweite Ebene von oben. Im nächsten Schritt rufen wir Filter, Weichzeichnen auf. Gestern hatte ich diese 3D-Schrift, diesen 3D-Text mit der linearen Bewegungsunschärfe erstellt. Heute nehmen wir den Zoom Motion Blur. Entschuldigung. Hier gebe ich bei Blurring Factor den Wert minus 0,100 ein. Und bestätige mit OK, wenn er das gerafft hat hier. Aber ich denke schon. Und bestätige mit OK. Dauert ein bisschen, weil wir hier erst einmal auf 16 Bit arbeiten. So, nun sieht man schon hier eine gewisse Weichzeichnung, die ähnlich sozusagen einer 3D-Vorlage entspricht. Das müssen wir natürlich noch wesentlich verbessern. Im nächsten Schritt gehen wir hin, nehmen unser Farbauswahlwerkzeug und wählen uns hier, klicken einfach hier hinein in den Bereich und wählen uns hier erst einmal die Schrift aus. Die Schrift wollen wir jetzt bearbeiten. Dazu müssen wir aber den Hintergrund, das heißt die Transparenz, auswählen. Deshalb gehen wir jetzt hin, Auswahl, invertieren. Im nächsten Schritt nehmen wir uns unser Farbverlaufwerkzeug, klicken hier in einen Buchstaben hinein, halten mit der linken gedrückten Maustaste fest, drücken die SDRG-Taste und ziehen uns hier einen Farbverlauf. Im nächsten Schritt gehen wir hin und schalten die obere Ebene zu, gehen rechte Maustaste auf Auswahl aus Alpha-Kanal und ziehen uns hier nun in diese Schrift ein, sagen wir mal, ich muss das mal hier so machen, sagen wir mal, ziehen wir uns hier einen Glanz hinein. Wir nehmen hier unsere elliptische Auswahl und aktivieren beim Modus hier von der aktuellen Auswahl abziehen. und ziehen uns hier einmal eine elliptische Auswahl. Ich würde sagen, lassen wir es so und klicken in die Auswahl hinein. Und jetzt haben wir hier diese marschierenden Ameisen und haben uns diese Bereiche ausgewählt. Im nächsten Schritt gehen wir hin, wählen uns unser Farbauswahlwerkzeug aus, stellen die Vordergrundfarbe auf weiß und wählen uns hier aus, Vordergrundfarbe nach Transparenz, klicken in die Auswahl, halten mit der linken Maustaste fest, drücken die SDRG-Taste und ziehen nach unten. Jetzt haben wir hier sozusagen diesen Glanz in diese Schrift hinein verbracht. Im nächsten Schritt schalten wir die untere Ebene aus, rechte Maustaste auf die obere Ebene, sichtbare Ebenen vereinen, Auswahl, nichts. Man hätte jetzt hier noch die untere Auswahl weichzeichnen können, aber mir reicht es so. Im nächsten Schritt gehen wir hin, nehmen uns unser Zuschneidewerkzeug und ziehen uns hier einmal eine Auswahl, weil wir den Text hier ausschneiden wollen. Wenn uns das so gefällt, klicken wir einfach mit der linken Maustaste in die Auswahl hinein und schon ist unsere Auswahl zugeschnitten. Rechte Maustaste bearbeiten, kopieren. Nun aktivieren wir die zweite Vorlage, die wir uns gerichtet haben. Rechte Maustaste bearbeiten, einfügen. Und im nächsten Schritt gehen wir hin und machen mit diesem Ebenensymbol, fügen wir die Ebene als feste Ebene dem Stapel hinzu. Nun wählen wir unser vereinheitlichtes Transformationswerkzeug aus, das es in GIMP 2.9 gibt. Hier bei Constraint, also werden wir Shear auswählen und From Pivot, Scale und Shear. Jetzt klicken wir einfach mit der linken Maustaste in die Auswahl hinein und ziehen uns hier einmal die Schrift nach oben in die Ecke. Hier das gleiche, rechts nach oben in die Ecke. Das sieht auch schön, weil man sieht hier die gerade Kante, da kann man das immer gut und genau machen. Im nächsten Schritt ziehen wir uns die Schrift hier noch ein bisschen in die Länge. Nach unten und bestätigen erst einmal mit Transformieren. Jetzt können wir mit dem Ausrichtenwerkzeug die Schrift wieder in die Mitte unserer Auswahl bringen. Im nächsten Schritt gehen wir hin, gehen auf Filter, Gmig, rufen uns hier Testing auf und suchen uns hier diesen J-Bridge oder J-Bridge oder J-Bridge, wie der heißt, keine Ahnung. Und suchen uns hier J-P-R Shapes Gradient. J-P-R-R Shapes Gradient. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen groß hier, dass wir die Schrift auch sehen. Und im nächsten Schritt gehen wir hin, verändern hier etwas die Werte, 4,50 lassen wir stehen. Hier gehen wir auf 0,75, 0,75. Im nächsten Schritt gehen wir auf 2,20. Und im letzten Schritt hier unten gehen wir auf 12, nochmal, 12, bestätigen mit OK. Und klicken nochmal hier hinein und bestätigen mit OK. Da wird jetzt einen kleinen Moment. Im nächsten Schritt schalten wir die obere Ebene aus. Echte Maustaste, Ebene auf Bildgröße. Jetzt ziehen wir uns hier einen Farbverlauf. Ich schlage vor hier ein helles Grün, Grün-Blau zu nehmen. Und nehmen unser Farbverlaufwerkzeug, stellen hier wieder ein Vordergrundfarbe nach Hintergrundfarbe und suchen uns hier beim Farbverlauf kreisförmig auf, bei der Form aus. Und klicken uns mal hier in die Mitte ungefähr. Das geht natürlich nicht, weil wir müssen erstmal die untere Ebene aktivieren. Und jetzt werden wir mal hier ungefähr in der Mitte uns einen Farbverlauf ziehen. So, nun schalten wir die obere Ebene wieder zu. Rechte Maustaste, nach unten vereinen. Nun haben wir unseren transformierten 3D-Text und Krumm, Kruket. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn euch mein Tutorial Spaß gemacht hat und Freude, dann baut es nach. Gebt mir einen Kommentar, vielleicht einen Daumen hoch und ein Abo. Würde mich freuen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.